Schön ist, dass wir sehr klein sind, klein im positiven Sinn, familiär, ihr kennt wirklich jeder Leben. Die Experimente für den Physikleistungskurs und ich freue mich auch unheimlich, dass wir nächstes Jahr auch Physikleistungskurs anbieten werden. Wieder ein Schilderker und ein tolles Motto, in der Stille liegt die Dings und Raus. Ein ganz kleiner Schilderker mit nicht viele Eltern und nicht viele Professoren, also eine sehr intime атmosphäre, wo man sehr gut lernen kann. Hereinspazieren! Hallo, wir sind die Stadt Raumplayer. Wenn ihr Sorgen oder Probleme habt, könnt ihr jederzeit gerne zu uns gekommen. Ich mag Orts hätte mir besonders gut gefallen, als Schüler. Liebe Schüler, wir brauchen unseren Abi ja ganz klar, wir verweisen die Cafeteria selbstständig und unsere Einnahmen erinnert unseren Abi gleich. Ich glaube, dass man ein Lernen auf dem Weg zum Abi-Tur in einer familialen Abi-Sterbe vorfügt wird, in der keiner in der Universität geschuldet. Hier ist es sonnig, kompakt, überschaubar, hell, freundlich. Bis zum nächsten Mal.